Zuhabend! 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 Jacob! Zuhabend! 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 Habt ihr? Und jetzt klatschen wir mit dem Nachbarn. Und klatschen, 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 klatschen. Der Rhythmus wäre geil. Ja. Aber kein Muss. Überhaupt wäre geil. Ja. Ja, okay, wir lassen das. Hände wieder runter. Und wieder runter. Und wieder runter. Und wieder runter. Und winken. So, jetzt die Hand in Fläche nach innen. Und jetzt klatschen wir mit dem Nachbarn mit der Hand in der Außenfläche. Klatschen, 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 klatschen. Ja, ist geil, wenn man mitten in der Mitte steht, ne? Wenn das jetzt besonders weh tut, wir nennen das auch den Ehe-Test. Wenn's weh tut, ist der Nachbar verheiratet, vielleicht privat woanders drin. Jetzt hätten wir es mehr und mehr verheiratet. Auch. So, Hände wieder runter. Und Hände wieder hoch. Und die Hand in Fläche. Und die Hand in Fläche nach innen. Und die Hand in Fläche nach innen. So. Und wir klatschen ganz normal auf 2 und 4. Here we go. Klatschen, klatschen. Wow. Yeah. Sehr geil. Sehr geil. Ja. 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 Applaus